ARD Text im Auftrag von Funk Achso, na dann, na dann Äh, aber bitte nicht alle in eine Sings rein, oder? So Stemsmörder Michel? Machst du mit bei mir? Ey, wir blocken uns alle gegenseitig Ja, das meinte ich ja Ja, komm mit Wir gehen andersrum Nicht so schnell Die Treppe ist gefährlich Boah, Alter Wo ist meine Feuerwehrautos? Lass mich stehen bleiben Ey, haben wir auch so eine Feuerwehrautos? Feuerwehrautos? Nee Ich bin übrigens fast tot Oh ja Gibt's denn eine Feuerwehrautos in echt? Ja Auch so große? Ja Überhaupt Feuerwehrautos Wer darf so ein Feuerwehrautos haben? Das sieht cool aus Nicht die Tür, oder? Nicht die Tür, oder? Okay, Michel, ich mach eben einen Sprengsatz Und du machst Dings Ich flash, ich flash, cool Full Flash Okay, Michel 3, 2, 1, zack Putz Du gehst rein Dann nicht Okay 12 AP Wir gehen oben gut Nee, lass uns noch unten Weil die sind oben, oder? Seid ihr oben, oder? Nein, die sind unten Ich bin alleine Okay Entschuldigung Du gehst rechts lang, weil ich immer links Ich bin ja gerade in den Weg gegangen, weil ich nicht wusste, ob du auch geblendet warst So, ja, ja, alles gut So, ja, ja, alles gut Haben wir Äh, hinter uns, Michel Warte, Michel, warte, ich kann hier eben so'n Nein, geh nicht in den Raum rein Nein, geh nicht in den Raum rein Ich hab, ich hör's Mach bumm Warte, noch nicht ganz rein oben Ich hab jetzt mehr Leben als davor Ich hab jetzt mehr Leben als davor Ey, Louis, warte, komm mit mir Louis, komm mit mir Man kann hier hoch Und rechts Guck mal, links Hab ihn Wir haben uns geflasht, oder? Du uns Nein, die anderen haben uns geflasht Okay, bestimmt Weiß keinen Hier kann man schlafen Sind wir hier alle? Ihr könnt ruhig reinkommen, ne? Ich bin schon im nächsten Raum drin Darfst du, wir haben... Michel Ja Wir sind alle Michael Geh immer zum Schussfeld Michael 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 7 7 5 5 10 10 10 11 6 8 11 14 9 1 2 10 2 Ja, Thomas regeln wir alleine mit, äh, Dennis. Ist für mein neues Team, ey. Ist für mein neues Team, scheiß drauf. Das ist deutsch. Und damit gehen wir in, 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 in die ESL. ESL und MLM. Und damit gehen wir in die... Äh, was ist denn ein bisschen Spaß mit Oma sein? Ja, Dennis, das war gut. Zumindest ein vernünftiges Team, hey. Ein vernünftiges. Weil ich ihn umgebracht hab. Thomas, Thomas, ich wollte draußen verteidigen. Entschuldigung. Soll ich's wieder zumachen, oder? Ah, Schuss. Ne, ne. Dein ist, ich glaube an dich, das schaffst du. Du hast zwar nur vier Arten, aber euch, weil ihr nicht einen sind für euch. Doch nicht. Ah, hier sind ja noch mehr, als wir noch... Ja, es sind nur zwei. Okay, du, ich, wir sind die einzigen, ne? Stoppen wir. Ach, komm rein. Guck, Thomas, jetzt mach wieder dran, da kriegst du wieder fünf Punkte. Weiß. Bugs bei mir voll. Okay, Thomas, komm rein und ich mach. Thomas, wieso hast du dir eine Tarnung gekauft? Hab ich nicht. Du hast aber eine Tarnung drauf. Weiß. Ich hab eine. Ich muss schon wieder sagen, der Bot spielt wieder komisch und merke ich, dass ich dem Thomas zuguck. Du wichst. Boah, ich sehe mich so. Ich würde sagen, Alter. Muss der mit der Kartoffele eben sagen, ne? Ich hatte nicht die Chance, mich zu verteidigen. Ne, hat er nicht. Wisst ihr was? Ich hätte Rio auch gar nicht angegriffen, weil ich das nicht nötig hab, mich auf so eine Kinder-Scheiße einzulassen. Das klingt, als musst du dich bald als Präsident so wahrstellen. Soll es? Selbst danach wie Kenny West? Alles klar, gleich wieder Headshots. Das höchste Amt ohne Macht, Glückwunsch. Hey, man muss Michael mal zur Raison ziehen, ja? Das nennt man Erziehungsmethoden. Deswegen hab ich dich auch umgelegt. Ja. Du bist halt super, die Güte. Du bist dann nett. Ich hab 8 AP, Thomas. Der Schild-Typ ist auch ein bisschen blöd. Und noch ein Schild. Thomas macht die beste als Klo-Deutsche. Was war das denn eben? Oh, der ist tot. Was wird das denn, Thomas? Weiß ich nicht. Thomas. Die Granaten hoch zu gehen. Ist mein Ding, ja? Die Geisel ja schießt, Markus. Bevor ich hier sie kommt, dann schießt sie die Geisel hoch. Nicht du. Normal. Ey, wie liegt der... Wie liegt der eigentlich diese Rände da? Wandverstärkung bereit! Äh, da... Da hingucken und dann kannst du... Michael ist so blöd, er hat zwei Stück davon, liegt aber kein. Könnt ihr mal an diesem einen... Ich war bevor er tot. Erklärt mir mal was an diesem einen Gerät, was man dann mit der Nagelpistole festmacht. Also, man zieht das runter und dann haut man mit der Nagelpistole zweimal in die Mitte. Ja. Inwiefern bringt das was? Dann ist es zweimal festgemacht. Ja, woran? Ich kann auch einmal gegen die Tür holen. Vielleicht klebst du ja. Das ist dann am Turf...